Was ist das? Die Festspiele dauerten bis zum Abend und gipfelten im traditionellen Singen des Liedes der Luxusbasen. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Genau wie ich es vorher gesagt habe. Dieser Bericht hat sicherlich jemanden zum Weinen gebracht. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Krasomad Kids Kindergarten. Der 11. Juli war das Sendedatum dieser Mediennachrichten. Na das Abo funny. Egoi.